Das ist unsere Sprittenmuske. Aschau hoch. Links rein. Aschau. Das ist Aschau oder Aschau. Wer weiß die rückwärts. Da ist der Aschau hoch. Links. Am eigenen Wald. Hier ist Aschau. Steigenhäuser im Bretterholzstil. Eine gute Straße hier. Was haben wir gerade noch? Klappelschaft. Ausgeschält. Aschau. Links noch was. Das hier alles. Die Campingplätze. Das hier alles. Der töscht. Guck mal. Ah hübsche da. Der töscht. Das rechts rein. Wir wollen nochmal rechts rein. Mal einmal durchgucken. Jetzt machen wir rechts rum. Lindhöft, Gemeinde Nöhr und so weiter. Vielleicht sehen wir auch nicht alles, aber ein Teil. Alte Dorfstraße zumindest. Mal gucken. Einmal da längs leuchten. Dann fahren wir hier links rum. Krass! Ja, mehr ist hier denn nicht. Oder mehr wollen wir auch nicht zeigen. Das ist noch ein bisschen. Lente! Das ist der Notform, bis hier. Bon tschüss!